Hey Leute, mit Kapitel 987 hat der Krieg auf Onigashima begonnen. Die letzten Videos auf diesem Kanal haben sich mit der Stärke der roten Schwertscheiden und mit der Stärke der stärksten Mitglieder der Biestpiratenbande beschäftigt. In diesem Video soll es um die Stärke der 15 Kinder von Big Mom gehen, die sie nach Wano Kuni begleiten. Doch bevor wir mit dem Video starten, wie immer die Bitte, wenn dir dieses Video gefällt, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und abonnier diesen Kanal für wöchentlich neue One Piece Videos. Beginnen wir dieses Video mit dem ältesten Kind der Charlotte-Familie, Charlotte Perospero. Er ist ein Offizier der Big Mom Piratenbande und der Minister des Candys von Candy Island. Perospero hat die Pero-Peronomie verzerrt und mit dieser Paramezia-Teufelsrucht kann er Candy erschaffen und formen, sich aber selbst nicht in Candy verwandeln. Mit einem Kopfgeld von 700 Millionen Berry hat Perospero das 5 höchste bekannte Kopfgeld in der Big Mom Piratenbande und zum Stand von Kapitel 987 ist Perospero von der Big Mom Piratenbande und auch von Big Mom getrennt. Er hat sich alleine auf den Weg nach Unikashima gemacht, weil er gegen die Allianz zwischen der Big Mom und Biestpiratenbande ist. So wie es aktuell scheint, hat sich Perospero mit Marco, dem ehemaligen Kommandanten der 1. Division der Whitebeard Piratenbande, verbündet. Die beiden attackieren gemeinsam gerade Mitglieder der Biestpiratenbande und die Vermutung, weshalb Perospero unabhängig von seiner Bande und seiner Mutter agiert, ist, weil er Angst hat, den Einfluss, den er gegenüber Big Mom hat, zu verlieren, wodurch er dann auch seine Position und seinen Einfluss in der Bande verlieren würde. Außerdem sieht sich Perospero als nächsten Kapitän der Big Mom Piratenbande an und für diesen Traum steht ihm Big Mom aktuell im Weg. Mal schauen, was Perospero im weiteren Verlauf der Handlung noch gegen seine Familie tun wird. Er ist auf jeden Fall einer der stärkeren Personen auf Unikashima. Aktuell ist auch noch nicht bekannt, was das Ziel seiner temporären Allianz mit Marco ist. Perospero verfügt außerdem noch über Rüstungs- als auch Observationshaki und aktuell lässt sich noch nicht wirklich sagen, gegen wen Perospero kämpfen wird, da man noch nicht weiß, was Oda aktuell mit seinem Charakter geplant hat. Als nächstes kommen wir zu Charlotte Smoothie, der 14. Tochter der Charlotte-Familie. Smoothie ist ein Langbein-Mensch und eine von drei Sweet-Kommandanten der Big Mom Piratenbande. Sie ist außerdem die Ministerin des Jews von 100% Island. Smoothie hat die Shiboshibonomi verzehrt und mit dieser Paramezia-Tölfelsbrucht kann Smoothie von nicht lebenden Dingen, als auch von Lebewesen, die Flüssigkeiten entziehen, um diese dann zu trinken, um dann größer und stärker zu werden. Die entzogenen Flüssigkeiten können auch als Attacken eingesetzt werden. Smoothie hat zum Beispiel die Thousand Sunny mit Flüssigkeitsstrahlen attackiert, um das Schiff zu versenken. Außerdem beherrscht Smoothie Rüstungs- und Observations-Haki und zum Stand von Kapitel 987 ist nicht klar, ob Smoothie und der Rest der Big Mom Piratenbande wieder auf dem Weg nach Onigashima sind oder ob sie weiterhin unter dem Wasserfall warten und sich eine neue Taktik ausdenken. Denn anscheinend funktionieren die Pläne der Big Mom Piratenbande nicht, wenn es darum geht, einen Wasserfall-Import zu steigen. Ich glaube, die Bande sollte sich endlich mal VM-07-Kaskade besorgen. Auch bei Smoothie ist aktuell noch nicht klar, gegen wen sie im weiteren Verlauf des Krieges kämpfen wird. Immerhin ist Smoothie auf einem ähnlichen Level wie Katakuri und Cracker, daher sollte man ihre Stärke nicht unterschätzen und erstmal abwarten, wie sich der weitere Verlauf der Handlung entwickelt. Als nächstes kommen wir zu Charlotte Daifuku, dem dritten Sohn der Charlotte-Familie. Daifuku, Katakuri und Oven sind Drillinge, er ist außerdem der Minister der Bohnen von Poripori Island. Daifuku hat die Hoya Hoya no Mi verzehrt und mit dieser Paramezia-Teufelsbrucht kann er einen Genie beschwören, welcher für ihn die Angriffe dann tätigt. Das Kopfgeld von Daifuku beträgt 300 Millionen Berry, auch er verfügt über Rüstungs- als auch Observations-Haki. Vito, ein Mitglied der Firetank-Piratenbande, hat in Kapitel 861 gesagt, dass auch Daifuku ein Monster aus der Big Mom Piratenbande ist. Somit können wir auch bei ihm ausgehen, dass er einer der stärkeren Mitglieder der Bande ist, auch wenn er nicht den Titel eines Suite-Kommandanten trägt. Daifuku ist neben Smoothie und Perospero eines der stärksten Kinder, die Big Mom mit nach Wano Kuni genommen hat. Auch bei Daifuku ist aktuell unklar, gegen wen er im weiteren Verlauf der Handlung kämpfen wird. Eventuell wird Sanji wieder sein Gegner, die beiden hatten während des Whole Kick Island-Arcs einen kurzen Kampf nach der gescheiterten Hochzeit von Sanji. Eventuell wird aber auch ein Mitglied der Beast-Piratenbande gegen Daifuku kämpfen, aktuell lässt sich das aber noch nicht so genau sagen. Kommen wir nun zu Charlotte Monteur, dem 19. Sohn der Charlotte-Familie. Monteur ist der Minister des Käse von Cheese Island. Er hat die Bukubukonomie verzerrt und durch diese Paramezia-Teufelsfrucht kann Monteur in Bücher eintauchen und die Geschichten aus den Büchern werden in dieser Buchwelt zum Leben erwacht. Das ist eine der wenigen Teufelsfrüchte, die eine Parallelwelt erschafft. Monteur hat ein Kopfgeld von 120 Millionen Berry, er ist außerdem eines der intelligentesten Mitglieder der Bande. Nach dem Scheitern der Hochzeit von Sanji und Pudding hat Monteur die Big-Man-Piratenbande organisiert und einen Plan aufgestellt, um die Strohhutbande zu fangen. Es ist aktuell auch noch nicht bekannt, ob Monteur über Haki verfügt, wir können aber sicherlich davon ausgehen. Ich könnte mir im weiteren Verlauf der Handlung gut vorstellen, dass Lissop gegen Monteur kämpfen darf. Aktuell passen die beiden thematisch sehr gut für mich zusammen. Lissop ist ein Geschichtenerzähler und Monteur kann Buchwelten zum Leben erwachen. Ich könnte mir einen Kampf zwischen den beiden in der Buchwelt von Monteur sehr gut vorstellen und in dem Kampf könnte es dann Lissop gelingen, sich diese Buchwelt zu nutzen zu machen und vielleicht kann Lissop dann seine eigenen Geschichten als auch seine Lügen in der Buchwelt von Monteur real werden lassen. Als nächstes kommen wir zu Charlotte Jalit, der 18. Tochter der Charlotte-Familie. Jalit ist die Zwillingsschwester von Poir, sie ist die Ministerin der Butter von Margarine Island und sie hat außerdem die Bata-Bata-Nomie verzehrt. Mit dieser Paramezia-Teufelsfrucht kann Jalit Butter produzieren und es kontrollieren, sich aber nicht in Butter verwandeln. Diese Teufelsfrucht hat sie während des Whole Cake Island Arcs gegen Nami eingesetzt, über die Stärke und über das Haki von Jalit ist aktuell noch nicht viel bekannt. Im weiteren Verlauf der Handlung könnte ich mir aber gut vorstellen, dass Nami nochmal ein Rematch gegen Jalit erhält. Die beiden hatten einen kurzen Kampf auf Whole Cake Island, dort wurden Nami und Ruffy aber von den Mitgliedern der Big-Mum-Piraten-Bande überrumpelt. In einem richtigen 1-gegen-1-Kampf könnte ich mir aber durchaus vorstellen, dass Nami eine Chance gegen Jalit hätte. Durch ihren Klimataktstock könnte Nami die Fähigkeiten von Jalits Bata-Bata-Nomie sicherlich ausschalten. Wie bereits eben erwähnt, Charlotte Poir ist die Zwillingsschwester von Jalit, Poir ist die 19. Tochter der Charlotte-Familie. Über ihre Fähigkeiten kann man aktuell nur sehr wenig sagen, denn bisher hat Poir nur sehr wenig Screentime gehabt. In Kapitel 930 sieht man sie auch auf der Queen Mama Chanta, doch sie wird dabei nicht mal vollständig gezeigt, was für mich impliziert, dass sie nicht unbedingt eine wichtige Rolle auf Onigashima spielen wird. Sie steht eben im Schatten ihrer älteren Schwester Jalit. Als nächstes haben wir Charlotte Compot, die erste Tochter der Charlotte-Familie. Sie ist die Ministerin der Früchte von Fruits Island. Compot ist die Tochter von Big Mom, die am meisten optische Ähnlichkeiten zu ihr hat. Zum aktuellen Stand der Handlung hat Compot noch nicht präsentiert, was sie drauf hat. Sie wurde jedoch in Kapitel 861 von Vito gemeinsam mit Perospero, Katakuri, Smoothie, Daifugu und Offen als Monster der Big Mom-Piratenbande bezeichnet. Wenn Compot mit den stärksten Mitgliedern der Big Mom-Piratenbande genannt wird, dann können wir stark davon ausgehen, dass auch sie eine ernstzunehmende Gegnerin ist. Es würde mich auch ehrlich gesagt nicht überraschen, da sie die erste Tochter der Charlotte-Familie ist. Aktuell ist noch nicht klar, ob Compot über Haki verfügt, sehr wahrscheinlich wird sie aber Rüstungs- und auch Observations-Haki haben. Aktuell lässt sich auch hier nicht sagen, gegen wen Compot im weiteren Verlauf der Handlung noch antreten wird, da wir einfach zu wenig über diesen Charakter wissen. Als nächstes kommen wir zu Charlotte Effilé. Sie ist die fünfte Tochter der Charlotte-Familie und sie gehört gemeinsam mit Mondé, Amandé und Hatsche zu einer Gruppe von Vierlingen. Sie ist außerdem ein Schlangenhalsmensch. Effilé kämpft mit Revolvern und ihre aktuelle Kampfstärke ist leider noch nicht bekannt. Wir haben jedoch gesehen, dass Amandé ein überaus mächtiges Mitglied der Bande ist, daher können wir auch davon ausgehen, dass Effilé sicherlich nicht gerade schwach ist. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob Effilé über Rüstungs- als auch Observations-Haki verfügt. Als nächstes haben wir die Kinder Charlotte Zucotto, Charlotte Broye, Charlotte Baskart, Charlotte Flampe, Charlotte Raisin, Charlotte Mobile und Charlotte Tablet. Bei diesen sieben Kindern handelt es sich um weitere Mitglieder der Charlotte-Familie, die Big Mom nach Wano Kuni begleiten. Jedes dieser Kinder hatte einen Auftritt auf Whole Cake Island, manche von ihnen hatten eine prominente Rolle, manche von ihnen sind nur in den Hintergrund gerückt. Broye ist zum Beispiel die Zwillingsschwester von Brüle. Broye hat jedoch so gut wie keine signifikante Rolle im Whole Cake Island Arc, weil ihre Schwester mehr oder weniger das Spotlight erhalten hat. Daher lässt sich zu ihrem Charakter auch sehr wenig sagen. Die Kinder Raisin und Flambe hatten wiederum wichtigere Rollen im Arc. Flambe hat sich in den Kampf zwischen Ruffy und Katakuri eingemischt, wodurch Katakuri sich dann selbst eine Wunde mit seinem Dreizack Mongura verpasst hat. Dadurch wurde der Kampf dann zwischen ihm und Ruffy wieder fair. Raisin hat gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern auf Kakao Island auf Ruffy gewartet, um diesen zu töten. Ruffy wurde dann jedoch von Sanji gerettet und daraufhin hatten Sanji und Raisin einen kurzen Schlagabtausch, den Sanji dann aber für sich entscheiden konnte. Wie ihr seht, hat Big Mom viele mächtige Charaktere mit nach Wano Kuni mitgenommen. Einige andere starke Charaktere sind jedoch nicht mitgekommen und haben wahrscheinlich die Aufgabe bekommen, auf Totoland aufzupassen. Dabei handelt es sich um Katakuri, Cracker, Oven und Brüle, aber mit Perospero, Smoothie, Daifuku, Kompot und Mondeur und Jalit hat Big Mom einige Kinder mit Teufelsfrüchten mit nach Wano Kuni genommen. Diese Charaktere werden sicherlich auch noch einige Eins-gegen-eins-Kämpfe im Krieg auf Onigashima erhalten. Perospero ist bereits auf Onigashima gelandet. Wann die restlichen Mitglieder den Wasserfall im Porch steigen werden, ist aktuell noch nicht zu sagen. Es wirkt so, als ob Oda sie bewusst erstmal aus der Handlung geschrieben hat, damit der Big Mom und Perospero genügend Screentime zu Beginn des Kriegs geben kann. Somit sind die restlichen Kinder von Big Mom eine Wildcard im Krieg, die den Konflikt auf dem Schlachtfeld in eine andere Richtung lenken könnten. Dieses Video vertritt natürlich wieder nur meine Meinung. Du kannst mir gerne deine Meinung zu der Stärke von Big Moms Kindern auf Wano Kuni nennen. Was glaubst du, wer wird gegen die Kinder von Big Mom kämpfen? Wie schon so oft erwähnt, deine Interaktion mit dem Video hilft in dem Kanal enorm weiter, denn je mehr von euch mit dem Video interagieren, desto mehr pusht der ominöse YouTube-Algorithmus dieses Video. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an unsere Patreons und YouTube-Mitglieder Dominik Braunseis, Beat Rentsch, Marco Teckert, Nils Otte, Fuselwind, Nils Berelsmann, Thomas Fietter, Marius Olehes und Marc Fees aussprechen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ein Mitglied des Romans-Dusk-YouTube-Kanals zu werden. Für euren Support erhaltet ihr exklusive Inhalte. Zum Beispiel gibt es ein monatliches Update-Video rund um den Romans-Dusk-YouTube-Kanal mit Infos zu neuen Videos und Formaten sowie zu den Einnahmen vom Kanal. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Videos und Podcasts bereits vorher zu schauen oder zu hören und es gibt die Möglichkeit, am Ende von Videos namentlich erwähnt zu werden. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Video. Take care. Ciao.